Hallo ihr Lieben, Andi Edition am Start mit einem neuen Video. Heute könnt ihr das letzte Mal einen Betacode für Destiny 2 hier bei mir auf meinem Kanal gewinnen. Doch bevor wir über das Gewinnspiel reden, gibt es noch wichtige Infos für euch. Destinyblog.de hat am Donnerstag ein sehr interessantes Gewinnspiel, das von Activision gesponsert wird. Ich darf euch nicht zu viel verraten, aber alle Fans von Destiny werden begeistert sein, sobald sie die Preise sehen. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link, schaut vorbei, es zahlt sich auf jeden Fall aus. Außerdem könnt ihr am 18. Mai um 19 Uhr den Livestream von Bungie auf der Homepage von Destinyblog.de live mitverfolgen. Am Donnerstag gibt es unter diesem Video auch einen Link, der direkt zum Stream von Bungie führt. So, jetzt kommen wir zum Gewinnspiel für heute. Um mitzumachen müsst ihr nur in die Kommentare schreiben, ob welche Konsole ihr Destiny 2 spielen werdet. PS4, Xbox One oder PC. Ich wünsche jedem Teilnehmer viel Glück, danke, dass ihr dieses Gewinnspielprojekt von VeneroTV, Destinyblog.de und mir so zahlreich unterstützt habt. Vergesst nicht, morgen findet das Gewinnspiel auf dem Channel von VeneroTV statt und am Donnerstag solltet ihr die Homepage von Destinyblog.de unbedingt besuchen. Jetzt wird es Zeit den Gewinner von gestern bekannt zu geben. Gewonnen hat Florian Heidinagic. Herzlichen Glückwunsch, bitte melde dich bei der Destinyblog.de Homepage und du bekommst einen Betacode für Destiny 2. Bald ist es soweit und wir sehen endlich Gameplay von Destiny 2. Donnerstagabend also am 18. Mai solltet ihr unbedingt zwischen 21 und 23 Uhr bei mir auf dem Kanal vorbeischauen. Auch die Tage danach wird es jeden Tag Videos von mir zu Destiny 2 geben, mit Gameplay und neuen Infos. Drückt auf den Abo Knopf und wenn ihr möchtet, könnt ihr das Video auch liken. Ich danke euch schon mal für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Andi Edition is back!